Hallo? Samira, bist du's? Hi. Ja, ich bin, ähm, ich bin fasziniert. Hm, wirklich. Warum? Weil ihr einen wilden Dritt zu Ritt, einen wilden Dritt zu Ritt gemacht habt. Einen wilden Ritt zu Dritt, genau. Ne, ich rufe aus Hamburg an, genau. Bist du nicht ein bisschen eifersüchtig auf sie, Christina? Hm? Nicht? Doch. Du willst ihn? Ja, dann kämpfe. Du willst nicht kämpfen, du hast schon gewonnen. Naja, also, da bist du aber ziemlich überzeugt von dir. Ach, du wärst gerne statt Christina mit ihm im Pool gewesen. Ja, ja, diese Zungelei. Aha. Das tust du auch gerne, ja. Was ich mache? Ich produziere Musik. Genau. Willst du mal im Studio einen Song aufnehmen? Kein Problem, mache ich dir gerne. Ja, 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 ich hab die neuesten Programme. Ja, das ist sehr mühselig mit dir, ne? Du bist sehr langatmig am Telefon, muss ich wirklich sagen. Ach, du bist schon müde. Naja, naja, ist ja erst halb zwölf. Ne gut, dann wünsche ich dir erstmal alles Beste und, dass du den Pott gewinnst, ne? Den Daniel. Tschau. Die Samira. Wirklich, Leute, heftig.